Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, es ist Freitag und ihr wisst, wie immer auf diesem Kanal, Freitag ist XRP-Tag. Momentan traden wir ungefähr 0,54 US-Dollar-Cent. Wir sehen wieder einen kleinen bullischen Anstieg. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Bitcoin natürlich den Weg geebnet hat für den kompletten Altcoin-Markt, dass hier ordentlich gepumpt wird. Trotzdem gibt es bei XRP ein, zwei Sachen, die wir auf jeden Fall heute besprechen sollten. Und wie so generell so ein bisschen so mein Marktausblick ist, das schauen wir uns an, Freunde. Doch bevor wir starten, lasst im Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, natürlich auch XRP-Updates oder Signale, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Momentan, wie gesagt, bei 0,54 US-Dollar-Cent knapp. Wir haben uns aus dieser Bullfleck hier seitlich erstmal befreit, hat einen Push nochmal an unsere Downtrend-Linie, die natürlich exorbitant wichtig ist für uns. Und einfach um, sage ich mal, generell einfach weiterhin bullisch zu sein, sind jetzt hier impulsiver ausgebrochen. Nur das Volumen, das ist nicht so wirklich ausschlaggebend oder nicht wirklich bullisch hier für uns. Das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht. Da muss bei XRP nochmal ein bisschen ordentlich viel, viel mehr Volumen auf jeden Fall reinkommen. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Daily-Timeframe an. Ihr kennt hier mittlerweile diese Linie von unserem Top hier oben damals im Bullrun bei ungefähr knapp 2 US-Dollar. Genau an dieser Linie haben wir momentan unsere Probleme. Wir haben übergeordnet, um das nochmal ganz kurz einzuzeichnen, unser übergeordnetes Double-Button-Pattern, was immer noch valide ist, meines Erachtens nach, auch wenn wir hier ordentlich, ordentlich Probleme haben. Hat aber auch damit zu tun, in der Vergangenheit war hier schon extremer Widerstand. Diesen haben wir jetzt erstmal rausgenommen. Und jetzt hier so ein bisschen zu konsolidieren, ist nicht wirklich verkehrt. Das Einzige, wie gesagt, was mich hier jetzt momentan ein bisschen bearischer stimmt, muss man ganz ehrlich schon so sagen, ist das Volumen. Das habe ich heute früh im Bitcoin-Update angesprochen, dass wir vor allem bei Binance viel, viel weniger Volumen momentan haben, was das Trading-Volumen natürlich anbelangt, aber auch so ein bisschen das Spot-Volumen, was die Kurse jetzt momentan ein bisschen nach oben treibt. Und das fehlt mir hier auch momentan noch. Also normalerweise würde ich sagen, wir brauchen für einen validen Abtrend, auch bei XRP, dieses hoch muss rausgenommen werden. Und dann mindestens muss das Volumen auch so hoch sein, wie hoch auch das Top gebildet wurde. Das heißt, wir brauchen einen deutlichen Anstieg hier unten beim Volumen. Das heißt, hier auch mal eine Trendwende. Wir müssten ehrlich gesagt aus diesem Downtrend, den wir hier jetzt gebildet haben, im Volumen erstmal mal rauskommen. Und dann, sage ich mal, ein schönes Breakout nach oben hin starten. Und dann auch, dann sehe ich auch die Kurse bei XRP bei ungefähr 0,62 bis 0,68 ungefähr, wo wir ja schon die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen haben. Aber momentan gefällt mir das noch nicht so wirklich. Interessant wird es dann, ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal auf die 4-Stunden-Timeframes gucken, wie wir jetzt die nächsten Stunden verbringen. So, wir zeichnen jetzt hier mal das Golden Pocket ein. Das heißt, von unserem Top zu unserem Korrekturlevel. Und da sehen wir schon, okay, wir sind hier direkt bei den 0,55. Dort liegt das Golden Pocket und dort sind wir schon rejected worden. Kein wirklich bullisches Zeichen, muss man ganz fairerweise so sagen. Dadurch haben wir ein tieferes Hoch erst einmal gebildet. Das heißt, wir müssen dieses Top hier auf jeden Fall rausnehmen. Das heißt, dieses Top rausnehmen, Bestätigung und dann ein Close mindestens über der Zone von 0,57,20. Besser wäre sogar über diesen Hoch bei 0,58,60. Wenn wir das schaffen, 4 Stunden Close drüber, dann gehe ich mit, dass wir hier locker die 0,68 US-Dollar-Cent erreichen, werden wir jetzt hier rejected. Und der Markt kriegt keine neue Liquidität rein. Der Markt korrigiert, was wir bei Bitcoin schon so langsam aber sicher ein bisschen abschätzen. Das sind 32 Ks Luft. Das heißt, XRP hat hier auch noch ordentlich Luft. Und ein bisschen mehr Volumen kommt hier in die letzten 4 Stunden Candles rein. Das heißt, wir haben noch die Hoffnung, ich würde hier momentan nicht reinschorten, aber ganz, ganz vorsichtig sein, jetzt hier noch irgendwelche Long-Positionen eröffnen. Weil das Risiko einerseits durch das Golden Pocket, andererseits durch dieses geringe Volumen, dass wir hier spätestens bei den 0,60 bis 0,62 rejected werden, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, ich kann mir schon noch ein höheres Hoch vorstellen, mit einem Close, aber unter dem letzten Hoch. Das heißt, unter diesem Rig, das heißt, Liquidität abgreifen. Liquidität abgreifen deswegen, weil über diesem Hoch sehen wir auch am Volumen sehr, sehr viel Short-Volumen reingekommen ist, beziehungsweise auch sehr, sehr viel Volumen hier generell reingekommen ist. Wir holen uns die Liquidität, schließen drunter und dann Abfahrt nach unten. Und das ist momentan, ganz ehrlich, sogar noch ein bisschen mehr mein Primärszenario. Und wo könnte die Reise dann hingehen? Schauen wir uns auch mal ganz kurz vorsorglich an. Denn je nachdem schaffen wir kein höheres Hoch, dann wäre hier der Bereich um 0,44, 0,45 auf jeden Fall der nächste Ankerpunkt, wo man gegebenenfalls nochmal XRP nachkaufen könnte, momentan nach jetzigem Stand könnte. Also ich würde hier momentan ganz ehrlich ein bisschen aufpassen. Es gibt keine neuen News, was XRP gegen SEC anbelangt. Bis auf dieses, SEC reicht neues Argument gegen Ripple ein, bla bla bla. Ich lese euch das ganz kurz mal vor. Am 7. April, bla bla bla, hat ein Gericht des Bezirks Massachusetts in der Sache gegen, ja ihr wisst, was da steht, dem Antrag der SEC auf ein Urteil im Schnellverfahren stattgegeben und den Gegenantrag des Beklagten abgelehnt. Was für eine Logik hier schon wieder. Nach Angaben der Behörde unterstützt diese Entscheidung, die Klage der SEC gegen Ripple. Ihr könnt euch den Artikel gerne mal durchlesen, hier bei CoinUpdate. Ich kann euch den auch unten gerne verlinken. Aber im Endeffekt ist es einfach alles nur unnötig in die Länge ziehen. Und ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, Ripple kann auf die USA scheißen. Lieber BRIC starten, das heißt Brasilien, Russland, Indien, China und so weiter. Ist da, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren, anstatt sich auf die ganze Scheiße hier mit der SEC einzulassen. Sorry, wenn ich jetzt so deutlich bin, aber es ist einfach so. Es ist absoluter Rotz, was hier einfach weiterhin stattgegeben wird. Für den Kurs angezogene Handbremse. Wir warten hier auf den Breakout. Sollten wir ein höheres hoch kriegen, sind die 72 US-Dollar sind drinnen. Wäre da noch unser erster Take-Profit. Ansonsten vorsichtig sein und gegebenenfalls werde ich hier sogar noch einen Short-Trade eingehen. Gut, das war es dann von meiner Seite. Ich würde sagen, viel mehr gibt es auch momentan einfach nicht zu sagen. Achtet auf das Volumen. Momentan nicht wirklich gut. Höheres hoch, dann top. Wenn nur Liquidität abgegriffen, dann bearish. Also passt hier auf jeden Fall ein bisschen auf. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende auf jeden Fall schon mal. Und dann hören wir uns nächste Woche zum nächsten XRP-Update-Video wieder. Das war es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.